Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute mal wieder bei den Yamaha MODX-Montage. Heute möchte ich euch eine ganz spannende Funktion zeigen, nämlich XA-Control und was man damit machen kann. Dafür habe ich jetzt hier eine Initial Voice ausgesucht, klicke auf das Timbre und dann auf Editieren. Dann komme ich, wenn ich noch nichts anderes gemacht habe, wie üblich, im Common-Bereich raus. Das ist der übergeordnete Bereich des Parts. So, die XA-Control, wir haben jetzt hier übrigens einen Piano, erreichen wir, indem wir auf die Element-Button klicken und sehen dann hier oben XA-Control, Elementgruppe und Element-Connect. Hier sehen wir Through, Insert A und B, Elementgruppen 1 bis 8. Und wenn wir hier drauf klicken, Normal, Legato, Key Off, Cycle Random, A.Switch Off, A.Switch 1 On, A.Switch 2 On. So, was passiert da? Wenn wir das auf Normal stehen haben, dann klingt das Sample einfach ganz normal, so wie man das gewohnt ist. Wenn man das auf Legato stellt, muss man den Sound als Mono-Sound haben und wenn man dann wirklich Legato spielt, wird statt dem Normal-Element dieses Element gespielt. Das muss man dann natürlich in der Spielweise berücksichtigen. Key Off ist tatsächlich eine sehr spannende Funktion. Nun, wenn man die Taste drückt, kommt kein Ton, wenn ich loslasse, erklingt das Sample in diesem Fall. Das kann man für verschiedene Sachen nutzen, zum Beispiel, wenn ich 32. besser spielen muss, dann brauche ich nur noch 16. spielen, weil ich einmal auf Key On und Key Off meinetwegen dasselbe Sample legen kann. Oder wenn ich eigene Samples benutze, habe ich das auch schon verwendet, dass ich aufs Andrücken ein Sample verwende und beim Loslassen das nächste Sample, wenn ich das nicht vernünftig spielen kann oder mit den anderen Fingern noch andere Sachen mache. Funktioniert auch sehr gut. Cycle benutze ich im Moment noch nicht, das ist auch eine sehr interessante Funktion und zwar funktioniert die genau dann, wenn ich mehrere Elemente benutze. Also wenn ich auf mehrere Elemente Cycle einstelle, dann wechselt der Ton jedes Mal, wenn ich die, beziehungsweise nicht der Ton, sondern die Waveform wechselt dann zudem, nee, anders. Wenn ich Cycle einstelle, brauche ich dafür mehrere Elemente und jedes Mal, wenn ich die Taste drücke, wird das nächste Element benutzt. Sprich, wenn ich jetzt Element 1, 2, 3, 4 Cycle habe, drücke die Taste das erste Mal, kommt Element 1, beim zweiten Mal Element 2, beim dritten Mal Element 3. Das kann man zum Beispiel benutzen, wenn man komplizierte Sachen abgesampelt hat und weiß, das ist immer eine Reihenfolge, dann braucht man einfach nur durchtackern mit einem Finger und dann kommt immer das passende Tempel dazu. Random ist so ähnlich, brauche ich auch mehrere Elemente für, nur dass sie da nicht in der Reihenfolge gespielt werden, sondern dass sie dann durcheinander gewürfelt gespielt werden. Den Algorithmus dazu kenne ich jetzt nicht. So, das ist auch wieder eine relativ einfache Funktion. Das bedeutet, wenn beide Assign-Buttons auf Off stehen, dann wird dieses Sample gespielt und hier gilt für die nächsten beiden, wenn Assign 1 auf On ist, wird das Sample gespielt, beziehungsweise das Element und hier auf Assign 2 wird das Element gespielt. Das heißt, ich kann über die Assign-Buttons bei einem Timbre insgesamt drei unterschiedliche Elemente schon bedienen. Das heißt, wenn ich in meiner Performance nicht auskomme mit meinen Sounds, kann ich hier auf der Unterebene schon relativ viel machen und damit auch die Sounds ein- und ausschalten vor allem. So, das nächste, die Elementgruppe, die benutze ich dann, wenn ich hier vorne was anderes einstelle als normal. Alle Sounds, die denselben XA-Control-Wert eingestellt haben, müssen da in eine Gruppe geordnet werden, damit das richtig zugeordnet werden kann. Ja, und über Element Connect wird einfach der Inside-Effekt ausgewählt, der auf das einzelne Element zugreift. Hier kann ich immer nur A oder B nehmen oder einfach Through, dann wird keiner benutzt. Ja, soviel dazu. Ich werde in einem weiteren folgenden Video mal Beispiele bringen, wie man das benutzen kann oder auch nicht benutzen kann.